Heute bei kurz vorgestellt Zöchterspiel, krass kariert aus dem Hause Amigo. Dafür solltet ihr drei bis fünf Spieler sein und mindestens zehn Jahre alt sein. Wobei ich finde, erst ab vier Spielern so halbwegs das Spiel noch viel mehr Spaß macht. Im Grunde ist das Ziel des Spiels immer die Karten des Vorspielers zu überbieten. Besonderheit hier ist, jeder Spieler bekommt zehn Karten, darf sich diese allerdings nicht sortieren. Sprich, so wie die Karten auf der Hand sind, so darf er sie auch verwenden. Er darf natürlich auch zwei Karten zum Beispiel aus der Mitte nehmen, allerdings halt nicht umsortieren. Des Weiteren bekommt jeder Spieler noch zwei Karten vor sich, offen ausgespielt, die er im Falle dessen, dass er nichts ausspielen möchte oder ausspielen kann, aufnehmen kann und dann aber einsortieren kann, wo er möchte. Wie ich gerade schon sagte, es geht darum, die Karten davor zu überbieten. Sprich, wir haben eine Wertigkeit. Dabei gibt es fünf Stufen. Eine Karte, eine Straße aus zwei Karten, ein Zwilling, eine Straße aus drei Karten und ein Drilling. Kriege ich zum Beispiel von meinem Vorspieler ein Zwilling aus Zweien vorgelegt, muss ich mindestens einen höheren Zwilling oder eine Dreierstraße und ein Drilling ausspielen. Kann ich das nicht, wie gerade schon erwähnt, nehme ich eine Karte auf oder habe auch die Möglichkeit, eine Sonderkarte auszuspielen. Wie zum Beispiel Stopp, sprich, die Runde endet sofort und ich habe die höchste Karte. Oder drei Karten nehmen, was bedeutet, derjenige, der diese Runde gewinnt, sprich, die höchsten Karten gespielt hat, muss drei Karten vom Nachstapel ziehen. Die darf er sich allerdings wieder einsortieren, wie er möchte. So kann es natürlich für die Runden passieren, dass man manche Karten ausspielt, dadurch dann vielleicht eine Karte zwischen der 12 und einer 11 verschwindet, wodurch ich dann wieder eine Zweierstraße habe, sprich, wieder eine wertigere Kartenreihe. Und wer zuerst keine Karten mehr hat, ist raus. Die anderen spielen noch weiter, bis nur noch ein Spieler Karten hat. Der muss dann eins seiner Leben abgeben. Am Anfang bekommt jeder drei Leben, außer man spielt zu fünf, dann bekommt jeder nur zwei Leben. Und sollte irgendwann einer keine Leben mehr haben, schwimmt er. Sollte er dann noch einmal verlieren, ist er raus. Sollte zwischendurch aber auch der Fall eintreten, dass ich keine Karten mehr aufnehmen kann, keine Sonderkarten ausspielen kann und auch meine Vorkarten oder beziehungsweise die Karten des Vorspielers nicht überbieten kann, bin ich auch sofort raus, gebe ein Leben ab und die Runde endet. Und es werden wieder alle Karten gemischt und wieder neu an die Spieler verteilt und eine komplett neue Runde bekennt. Und es werden wieder alle Karten, die 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 Karten, die